Der Koordinator des RegioL-Ortskern-Revitalisierungsprojekts, Architekt Harald Kröpfel, führte eine Delegation mit Vertretern der Stadt Landeck, mit Bürgermeister Wolfgang Jörg an der Spitze und der Gemeinde Brutz mit Gemeindevorstand Josef Heunig, sowie Stefan Schöpf von der Abteilung Dorferneuerung im Amt der Tiroler Landesregierung ins Finchgau. Bürgermeister Uli Veith zur Ortskern-Revitalisierung. Das ist für uns ein Riesenthema. Ich glaube, auch bei euch in Tirol ist das ein Thema, das die Gemeinden sehr bewegt. Und bei uns ist es ganz, ganz extrem wichtig, weil einfach die letzten Jahrzehnte die Dorfzentren schon gelitten haben. Es ist viel an Dienstleistung weg von den Zentren. Es ist auch Handel teilweise weggekommen und auch Wohnraum. Und da ist es extrem wichtig, dass die Gemeinden einfach die Möglichkeiten nutzen, die sie haben, aber auch, dass neue Möglichkeiten geschaffen werden, um einfach wieder das Leben in das Dorf zurückzubringen. Wie geht die Stadt Klons an die Revitalisierung heran? Also wir kaufen mit Hilfe der Landesregierung alte Gebäude auf, wo die Besitzverhältnisse sehr schwierig seien. Also entweder es sind mehrere Erben, wo sie sich hinter einigen, oder es ist relativ grast, die Kuppertur grast, dass man sich einfach nicht als finanziellen Überlegungen nicht, sagen wir mal, irgendwo treffen kann und sagen, okay, ich kaufe. Und deswegen, die kaufen wir mit der Unterstützung an, mit der Ortskernförderung des Landes an, bauen die aus, beziehungsweise haben wir die letzten Gebäude so gemacht, haben sie ausgebaut und nachher die Wohnungen verkauft an die Bürger der Umgebung oder die im Staat selber wohnen, um eben auch die Bevölkerungszahl zu steigern. Bürgermeister Wolfgang Jörg war beeindruckt. Ja, der Eindruck ist sehr, sehr positiv, sei es in Malz, wo unser Bürgermeister da einige Objekte zeigen hat können und wie sie das gestaltet haben, sei es in der Sachen Revitalisierung, also auch in der Ortskerngestaltung. Man sieht aber auch, dass sie vieles in Bewegung gesetzt haben. Natürlich sind da teilweise andere landesgesetzliche Vorgaben da, aber sie haben doch privatwirtschaftlich auch agiert, sie haben Gebäude angekauft, sie haben dahingehend investiert und mit Einheimischen zusammen mit Bürgerbeteiligung und auch mit eigenen Prozessen gewisse Dinge gestalten und das ist sehr positiv, sei es auch da in Glunz jetzt. Man sieht, dass sie mit viel Sensibilität und auch mit viel Gefühl da hingehender Gestaltung gemacht haben. Stefan Schöpf vom Amt der Theodor-Landesregierung, Abteilung Dorferneuerung. Wichtig war meines Erachtens jedenfalls, dass sich gezeigt hat, dass die Einbindung der Bevölkerung ein ganz wichtiger Schritt war, um in der Ortsentwicklung einen Schritt weiter zu kommen und dass es im Prinzip ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg war. Thema ist Umgang mit dem Bestand, Thema ist Leerstand und die Frage, wie kann man trotzdem aus der offensichtlichen oder aussichtslosen Situation irgendwie eine Perspektive für die Zukunft gestalten. Es zeigt sich auch, dass das Ganze sehr maßgeblich von den aktiven Bürgermeistern und Gemeindeverantwortlichen abhängig ist, um da Bewegung hineinzubringen. Ich glaube, da hat sowohl Landeck als auch Burz Positives mitgenommen und ich denke, dass das Anstoß sein wird, in ihren Gemeinden da gewisse Schritte in die Richtung zu setzen.